ja hallo und herzlich willkommen zu einer neuen runde leech of legends diesmal als shiwana im jungle ja wie schon letzte folge sagt ich bin nicht so der allzu gute jungler aber ja das wird wie immer logisch habe diesmal ghost mitgenommen weil ich denke dass das usefuller als mit äh als flash ist als shiwana weil ich habe ja alle paar sekunden mein ulti gefühlt und das wird schon ansonsten habe ich ein timo brand eine ari und geraced in meinem team und in meinem team ist eine wei, morgana, eine kalista, eine riven und ein bellkotz was ist das zum kotzen? boah wieder schlichten Witze raus haben hat man ja manchmal lötig ne wie immer fange ich mit der kröte an weil ich das für sinnvoller halte als hier golems und red buff weil wir leider halt auf der falschen seite sind sonst hätte ich mit koloms angefangen weil ich immer ganz gerne die hilfe von 2 nehme weil das meistens einfacher ist für mich oder allgemein einfacher ist für den jungler weil halt 3 leute machen mehr damage als ein timo und ich also 2 irgendwie logisch so wo wir mal sehen jo es fängt gut an nicht zu viel leben verloren sehr schön so jetzt habe ich noch weniger cooldown auf meinen skills ok das überlebe ich noch glücklich aber den Rest überlebe ich wahrscheinlich nicht mehr ne ne so überlebe ich nicht obwohl wenn ich jetzt smite habe könnte knapp werden ach ich will jetzt kommen oh gott tschüss leben hätt ich früher weg gehen sollen was solls hm jetzt warte ich mal noch auf dem hipot das verlängert nämlich wieder meine junglezeit top sieht so aus wenn es läuft Mitte läuft auch Mitte wird ein bisschen gegen gepusht und botlane pushen sie sieht doch ganz gut aus bis jetzt wenn dann die nicht ach ja weil ah timo gerade ganz schön auf der fresse aber er überlebt das easy so auf zu den ähm golems damit ich einen stun habe sehr schön und jetzt kann ich mal kurz top gehen zu dem timo gegen die riven helfen ja komm mach deine spells ist gut ja komm die ist weg reicht mir so hoffen wir mal dass die bei hier nicht den krebs gemacht hat mehr hat sie nicht so gut das ist immer ganz gut oh die krieg ich so ich will den timo jetzt natürlich nicht weg pushen sondern ich werde nur lost jetzt muss ich weg hier das ist schade n b oder n h bo geht hier So, er bedankt sich auch, dass ich nicht gepusht habe, denke ich mal, sondern nur belastet habe, weil da freuen sich immer die Toplaner drüber, weil ich halt so auch nur den Farm secure und nicht pushe, weil ich hab halt schon gemerkt, dass der Team sehr passiv spielt oder defensiv eher gesagt und dann will ich ihn halt nicht zu sehr pushen, sodass er Riven den Farm bekommt und halt der Riven den Farm wegnehmen, indem ich sie halt einfach, ihre Minions, unsere Töten lasse. Ich würde sagen, das wissen wir schon, ja schön für euch, ich erkläre das aber für die, die, die nicht so viel Ahnung vom Spiel haben. Weil, das gucken ja garantiert nicht nur Prost zu. Da ist noch ein Craps. Ne, da ist eine Dingensgeld. Ne Wai, auf dem Weg nach Bot, da gehe ich jetzt garantiert nicht hin. Was kaufe ich mir denn? Ich denke mal, ich kaufe mir zuerst, ähm, Blade From King, allein aus dem Grund, weil ich damit mehr Damage mache und slowen kann. Und ich hab halt, ähm, kein Jungle-Item, mit dem ich slowen kann, deswegen, ähm, ja. Nehme ich halt, Blade From King. Wenn man Dauer slowen kann, vor allem mit dem Red, dann ist es ziemlich, ziemlich strong. Oh, die sind gerade respawned, sehr schön. Und das Blade From King gibt mir natürlich gleichzeitig noch Attack Speed und Live Steel. Und Attack Damage. Das ist sehr schön zu wissen. Dann mache ich mich da jetzt gleich mal noch ein Red auf den Weg hin. Oder erstmal in die Mitte, ich weiß noch nicht ganz. Ja, ich hätte vielleicht mal ein Smite für den Red hier behalten müssen, auch wenn ich jetzt dunken kann halt. Ja, die Wai ist gerade top. Ich weiß nicht, wo sie jetzt ist. Oder wohin sie auf dem Weg hin ist. Deswegen können wir wahrscheinlich nicht Dragon machen jetzt. Aber das brauchen wir auch nicht. Das war ja noch kurz, bis mein Smite Up ist. Na, sehr gut, Botlan. Na, sehr gut, Botlan. Na, die hat dann Ward. Na, riecht die Vayners? Ja. Ey, die war. Na, die haben's gerochen. Na, die haben's gerochen. Na, ne? Na, ne? Na, ne? Na, ne? Na, ne? Aber was soll's? Hm. Geh bei Live Steel. Text Speed habe ich ja schon genug, mehr oder weniger. Ich muss jetzt ähm, dem Team um gleich wieder helfen gehen. Ich weiß gar nicht warum der Fall... ach, das spielt Adi. äh kurs dich äh most attack speed das ist natürlich nicht so geil für einen Timo finde ich am Anfang am Ende kann er halt stark sein aber nicht wirklich so okay die haben jetzt den Dragon und es ist die Ari tot not good ach es ist meine schuld der Krabs nachher why did you take second blue weil ich es kann ich glaube die weiß nicht dass ich hier bin trotzdem habe ich glaube ich ah vielleicht weiß sie das auch ich lasse die ruhig flamen hier hat sein eigenes Spiel Stil ich bin halt einer der oh hallo der gerne farmt weil ich mich gerne auf mein Team verlassen lasse das ist manchmal ein ziemlicher großer Fehler ist eigentlich sollte ich da es den blue nicht geben aber sonst warte ich nochmal rum danke danke das war klose das war klose aber ich würde mal sagen worth definitiv war das worth sooo 3 Heeputs dann wird das 45 Sekunden ab und jetzt muss der Grace laufen sonst wird er das nicht überleben der wird das so so nicht überleben die Morgana too fast too fast too fast for you just Grace passiert hä hä die wei war doch tot ja ernst ja ernst oh der Tor ist so so da oh mein Red ist da ich gehe demnächst mal wieder top sonst fängt der Team auch noch an zu flamen da behält es noch alles meiner schuld jetzt gehe ich erstmal gleich wieder top äh bot weil bot auch wichtig ist gerade für unser Team da ein gefilter Grace schon geil ist hallo Gegner wie gehts euch jawohl so läuft der Hase die Täter ist nichts mehr hm da ist auch nichts mehr schad eigentlich das wäre ganz angenehm wenn man da was gekriegt hätte das wäre ganz angenehm wenn man da was gekriegt hätte oh das dauert noch so lange für meine Dragonform kann ich jetzt auch nicht reingehen aber gleich level 11 dann geht das schneller ähm äh komm 3a 2a oh 2 ep gut warum nicht alright warum nicht und dann oh das sind zu viele gleich wieder mein scarring ab hab ich nur die chance na wo die riven grad so offensiv ist geh ich mal gängen ach die sose ist tot sehr schön ich bin stolz auf dich Ari falls er überhaupt da ist ja sehr schön ich werde mir danach ein Trinity Force holen danach noch ein Sunfire und ein bisschen Tankier aber Trinity Force ist meiner Meinung nach wichtig auf Shyvana da ist eine Kröte und da ist ein Gegner die haben wir eh derin geworden oh 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 schade die ist doch gerade da langgegangen wie sind die da so schnell wieder zurückgekommen egal ja noch ein paar Sekunden meine Ulti also macht das nicht komm komm drängen wir fahren mal aus danke hallo hallo komm komm ja komm alter do you really want this die hätte nicht gegen mich rangehen sollen das war hier tot ich glaube erst mal was schrieben bisschen besser mach ich halt zusätzlich mit meiner Kuh und alles und danach nach dem Trinity Force mit meiner Boots und dann den Sunfire Cap vielleicht nachher nirgends oder in Spirit Versitsch ach komm das soll ich nicht euer Ernst euch kann das nicht smiten ha stimmt 2,5,5,3,5 hab ich noch genug Zeit oh Graves oh Graves oh Graves rip aber so weit von rip äh ja komm mal gleich umw ok ja die war noch nicht auch so den Tower auch so ach komm verbiss ich doch das war nicht ja die war noch nicht die war noch nicht ich werde die war noch nicht das war nicht meitz ach komm die haben den Krabs gemacht yo tschüss Team ne tschüss die Gegner machen uns auf unglaublich viel damage man sie werden dass ihr den Trick machen sehr gut Team heute hart ausgetrickst hallo danke für Kills mach die Wäufel auch noch so so die Timo wieder top helfen ja super schön mit Cola eingesaut äh Schlechtwerbung quatsch so sorry dass ihr das vielleicht so ein kleines Poppen vom Mikrofon gehört habt komm ihr tötet die fucking Weih jetzt bitte oh god hab gesagt bitte danke schön dass mein Team auf mich hört schön dass mein Team auf mich hört wer kurz getötet aber Riven und Weih machen halt einfach zu viel damage ist nicht so einfach dafür bin ich zwar zwei Level über der Weih und mache insgesamt mehr damage als sie aber es wird trotzdem harter Kampf naja hab ich gerade richtig gesehen dass meine Wölfe dass meine Wölfe nicht mehr da sind doch ich kann sagen wurden mir gerade nicht angezeigt als die Aria hier vorbeigegangen ist beziehungsweise man hat sie einfach nicht gesehen wahrscheinlich ach die haben wir nicht schon wieder aaaah hast du dich gesehen wer ich bin blub 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 kl seit Graves ist real oh no my god blub 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 Oh Oh Gott Ach komm Huh? What the What the fuck? Ich war doch schon hier Das sah aber unlogisch aus Yo, Bot-Hodern Naja, manchmal findet das Spiel schon sehr... Warum habt ihr den verkackten Bot? Ist es nicht getötet? Enttäuscht von euch allen, ich spass die Kühne Hallo Danke Wir werden dort schon sterben Ach komm Komm Krettet Flißt Stacks die gerade auf mir hatte, alter So much stacks in my face Fick dich, Hure Boah, ihr habt doch gesmited Boah, jetzt haben die vier Dreis, GG Mit den fünften haben Ach komm, ich lass es Ach, eh keinen Sinn Ich hab keine Lust auf argumentieren und... Ach, eh keinen Sinn Ich hab keine Lust auf argumentieren und... ... 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 am beliebige will oder auch tschüss bitte nicht reinkommen bitte nicht reinkommen danke sie wissen immer nicht dass ich hier bin armen Regeneriert Ah, danke. Soll ich Pott weiterpushen? Hm. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Es ist ja eigentlich alles weg. Mach bei Tim das die ganze Zeit noch was. Ist es aus. Mieses Daumen zufriedengeben überall. Pascht. unterkaufen mehr abgleich man schwenkelt nur das ja oh nice wir haben die den krebs krebs oder was auch immer das darstellen soll ich weiß es immer noch nicht ich wollte dennoch smiten ich bin total behindert ob das wort das war das war Amen. Meiner! I don't care, I have him. It's like a mess that I still have him. No. Loil, Timo! Holy shit! Das Timo Bait. Naja, Bait war's ja nicht, aber... Das Timo Trap. Ja, komm, der ist eh down, Alter. Kannst du den Arsch schieben, der wird down gehen. Oh, vielleicht auch nicht. Los! Killt es! Jawohl! Okay, die geht da dürfen. Aber wenn wir den HIP kriegen, werden die 100 pro drag machen. Und so weit darf es eigentlich nicht kommen. Ähm... Ich könnte jetzt ziemlich gut das hier gebrauchen, den Buff. 4, 3, 2, 1... 4, 3, 2, 1... Smite. Weil dann ist da nicht alle 6 Hits, 6 Hits. Ja. Und... Ja, aber mit der XP ist das ziemlich strong. Ich spiel's mal der Wolf. Mh... Spaß. Oh, hallo. Na, mal kurz. Okay, die beiden sind tot. Da halte ich mich jetzt lieber raus. Oder sie ist tot. Irgendwann. Ey, komm. Komm, Rito. Boah, gehst du mir so auf den Sack, ne? Danke. Okay. Mann, 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 Mann. Oh, ich brauche noch Gold, fuck. Mh... 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 Sehr gut, genug. Mh... 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 Ich hab das Gefühl, das Game wird immer besser für uns, glaube. Ja. Nicht unbedingt schlechter. Mh... Weil wir die halt immer einzeln antreffen und wir die meistens töten. Gerade weil ich eben Mobility Champion bin. Mh... Ja, ich kann denen nicht helfen. Ach, ich hasse euch doch alle. Warum hat Reto bitte so ein Müll kreiert? Weiß, ich bin schon im Prinzip über die Wall gejumped und werde einfach zurückgesetzt, nur weil ich gestunt werde. An meiner ursprünglichen Position gestunt werde. Wo ist die Logik geblieben? Da bin ich doch gar nicht mehr. Ja, jetzt bringt's nichts mehr. Wir werden das jetzt beenden. GG. Ja. Ja. Was soll es? Ja. Vielen Dank fürs Zuschauen. Die letzten paar Games waren besser. Aber das kann sich ja immer ändern, ne? Das war ne schöne Runde von mir, Shyvana. Wenn ihr Verbesserungsschläge für mein Bild zum Beispiel habt, könnt ihr das einfach in die Kommentare schreiben. Aber ich fand mein Bild eigentlich gar nicht so scheiße. Weil ich bin halt nicht allzu squishy. Mach aber gleichzeitig damage. Und ja, ich würde mich über deine Bewertung freuen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Ciao.